Musik Ich moderiere mich einfach mal selber an, weil wir haben einen knappen Zeitplan. Tim hat Wichtigeres zu tun. Hallo, ihr kennt mich, Ralf Stockmann. Ich arbeite an dem Projekt Ultraschall schon seit einigen Jahren und Zielsetzung von Ultraschall ist es, den ganzen Bereich von Audioaufnahme und Audioschnitt möglichst perfekt für Podcasting zu optimieren. Das heißt also, unsere Projektziele, wenn man sich das Ganze mal in so einem normalen Workflow anguckt, wie läuft eigentlich so eine Podcastaufnahme, dann haben wir am Anfang eine Planungsphase, dann wird das Ganze irgendwie aufgenommen, das ist dieser grüne Batzen und dann wird das Ganze veröffentlicht. So denkt man sich das vorher und das ist auch hier vorne auf dem Podcast in the Nutshell ganz schön zu sehen. Wenn man es dann wirklich mal selber macht, merkt man, okay, die Welt ist doch ein bisschen komplizierter und dieser grüne Aufnahmebutton hier, der dröselt sich eigentlich doch eher noch auf in viele Unterbereiche. Da ist nämlich nicht nur die Aufnahme selber, sondern die muss dann vielleicht noch geschnitten werden, weil da sind irgendwie Reusparer drin oder eine Klopause. Ich muss ein Mastering haben vielleicht, um mit dem EQ einzelne Mikros ein bisschen anzugleichen oder Rauschen zu entfernen. Ich muss Metadaten hinzufügen können, beispielsweise Kapiteldaten, denn die möchte ich innerhalb meiner Schnittumgebung haben, wo ich ja sehe, wann welches Kapitel wirklich begonnen hat. Und ich möchte sie auch in den MP3-Dateien hinter drin haben. Das ist halt auch ganz gut, das an der Stelle dann zu haben und ich möchte das Ganze dann halt entsprechend exportieren kann, bevor ich es veröffentliche. Und dann wird die Welt also doch relativ schnell ziemlich kompliziert. Das ist ein Bild, was ich ganz gerne zeige. Das mag ich. Da habe ich mal versucht, so eine Landkarte der verschiedenen uns bekannten DAWs zur Aufnahme von Podcasting mal so zu mappen, auf zwei Achsen kompliziert zu benutzen, einfach zu benutzen und viele Podcast-Funktionen und wenig Podcast-Funktionen. Und da sieht man so oben rechts, da wo man eigentlich hin will, einfach und viele Funktionen. Da gibt es Hindenburg Pro, das kostet aber 350 Euro. Das kann sich kaum jemand leisten und daneben ist aber irgendwie relativ wenig los, wo man darauf ausweichen könnte. Und schon gar nichts, was halt irgendwie gleichzeitig noch günstig ist. Und unser Projektziel war also, nach ganz links zu gehen, da wo Reaper sitzt, 65 Euro schlank und das halt so zu modifizieren, weil man es gut modifizieren kann, dass das Ganze dann so ziemlich da oben, was ich so als aktuellen Status Quo bezeichnen würde, landet. Und man zahlt halt nach wie vor die 65 Euro für Reaper und unser Aufsatz, unser Modding für Reaper ist kostenfrei. Das heißt also, mehr muss man dafür nicht bezahlen. Im Ergebnis haben wir in den letzten vier Jahren einiges an Grundlagen-Features reingebaut, die so kaum oder keine andere DAW kann. Beispielsweise halt ein wirklich guter Umgang mit Kapitelmarken. Wir haben einen Storyboard-Modus für gebaute Beiträge. Wir haben vor allen Dingen Studio Link als Alternative zu Skype, was also wirklich eine 1A-Soundqualität hat. Da hören wir von Sebastian ja im Anschluss noch den Talk. Wir haben ein Soundboard, wo man direkt während der Aufnahme live Jingles einspielen kann, was eine ganz andere Atmosphäre schafft, als wenn ich die nachträglich rein montiere. Wir können eine klassische Skype-N-1-Schalte machen, auch wenn wir das eigentlich dank Studio Link nicht mehr brauchen. Und wir haben ja letztes Jahr hinzugefügt ein On-Air-Streaming auf einem Knopfdruck, womit ich eine Sendung auch live publishen kann, ohne irgendwas irgendwo groß einstellen zu müssen. Das ist wiederum nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir ansonsten noch so an Podcasting-Features reingebaut haben. Aber das sind quasi so unsere Landmark-Features. Die Ultraschall 3.0-Release war eine ziemlich anstrengende letztes Jahr. Insbesondere auch deshalb, weil gefühlt da so richtig nur Heiko und ich dran gebastelt haben. Weniger, weil die anderen aus dem Team keine Lust oder Zeit hatten, sondern weil das einfach alles so Feature waren, die so ein bisschen auf uns beide hinausgelaufen ist. Wir waren dann erstmal ziemlich erschlafft und haben so drei, vier Monate gar nichts gemacht, sondern erstmal so die Flossen von uns gestreckt. Haben aber noch drei Minor-Releases nachgeliefert, die 3.0.2 und 3.0.3. Und wenn man das jetzt so als Diff gerade sieht zu meiner letzten Keynote, die ich für die 3.0 gehalten habe, dann ist da noch einiges nachgekommen, was wir damals gar nicht versprochen haben, aber dann doch noch nachgebaut haben. Vorhören von Schnitten, Color Picker, eigener Startscreen, Exportassistente, relativ umfangreich gewesen und Keymap für die 3.0.1. Und dann kam 3.0.2, Einfrieren der Treckhöhe, dass da mehr Stabilität in die Timeline reinkommt dazu und noch ein relativ großes Paket in der 3.0.3, die Routing-Snapshots, mit denen wir jetzt mit einer eigenen GUI wirklich jede Routing-Situation auch im Live-Betrieb hin- und herschalten können zwischen Pre-Show und eigentlicher Show und After-Show und ähnliches. Es gab ein Feature, was ich in der letzten Keynote versprochen habe, was wir immer noch nicht haben und das ist eine Mailing-Liste. Ich verzweifle da komplett dran. Wenn es hier irgendwo jemanden gibt, der weiß, wie man vernünftig eine Mailing-Liste jenseits von Mailchimp und jenseits von Mailman auf einem eigenen Server irgendwie zum Laufen bekommt, wendet euch gerne an mich. Ich weiß nicht, warum das 2017 alles so kompliziert sein muss. Wir kommen aber jetzt zur 3.1 Release, denn da haben wir jetzt doch auch einiges zusammengebastelt und wir sind jetzt also in den Startlöchern. Als erstes ein paar Features, die quasi Reaper uns einfach in den Schoß legt, weil die Software selber halt auch weiterentwickelt wird. Das heißt, da mussten wir gar nicht viel machen, sondern bauen die nur bei uns ins Podcast-Menü ein. Das erste ist Spectral Editing. Hier haben wir ein bisschen mit dem Problem zu kämpfen gehabt, dass das schon mittlerweile auch Ultraschall-Features gespoilert werden. In der, ich glaube, vorletzten Freakshow wurde das besprochen. Der Gedanke davon ist, wir sehen jetzt hier die klassische Darstellung von so einer Wellenform und Spectral Editing schaltet das Ganze um in eine Ansicht, wo ich die verschiedenen Frequenzbänder übereinander gestapelt habe und also sehe, wie setzt sich in Bezug auf die Frequenz eigentlich dieser Sound zusammen. Ich habe jetzt hier mal ein extremes Beispiel genommen. Ihr seht schon, das ist also, irgendwo ist ein ziemliches Rauschen unterwegs. Wenn man unten rechts hinguckt, dann sieht man, dass es gar nicht Rauschen ist, sondern Brummen. Das ist so ein klassisches 50-Hertz-Brummen, was ich hier habe. Und das Spectral Editing sieht jetzt eigentlich so aus, dass ich jetzt, ihr seht das unten rechts, so einen Bereich definieren kann, den ich beispielsweise verstärke oder absenke, um jetzt also irgendwo ein dezidiertes Rauschen oder Fiepen irgendwie aus meinem Sound rauszubekommen. Ihr seht aber auch schon hier, dass das kein Feature ist, was so völlig jetzt irgendwie das Killerniveau hat, denn dieses 50-Hertz-Brummen geht relativ hoch rein, auch in die ganzen Bereiche hier, wo unsere normale Stimme ist. Das heißt also, wenn ich jetzt diesen ganzen Bereich hier, wo diese Sägezahnkurve oder diese Störkurven hier reingehen, wenn ich das alles rausfilter, habe ich auch kaum noch was von der Stimme drin. Das heißt also, darum zeige ich das jetzt auch nicht live, damit muss man, glaube ich, nochmal in Ruhe ein bisschen experimentieren. Aber Reaper bietet jetzt diesen Modus, den es vorher so nur in Adobe Edition gab, dort allerdings auch schon seit vielen Jahren ist. Also nicht so, dass Reaper die Ersten sind, die das machen. Das Zweite, schön für alle, die von Hindenburg rüberkommen und sich da wieder ein bisschen mehr zu Hause fühlen wollen, es gibt jetzt die Funktion von Rectify Peaks. Das sieht dann so aus, dass der Ausschlag quasi, die Nulllinie wird nach unten verschoben und ich habe nur noch einen Ausschlag nach oben und nicht mehr das Ganze, dass es halt nach oben und unten rausgeht. Kommen wir jetzt aber zu den Features, die wir jetzt selber für die 3.1 gebaut haben. Als erstes schauen wir uns nochmal Ultraschall Dynamics an. Ultraschall Dynamics habe ich in der letzten Keynote so ein bisschen verkauft als Auphonic-Alternative für einfache, gute Aufnahmen. Da würde ich auch nach wie vor bei bleiben bei der Einschätzung. Das heißt also, the good ist, Ultraschall Dynamics, so wie wir es mit der 3.0 ausgeliefert haben, funktioniert gut bis sehr gut bei vernünftig ausgesteuerten Aufnahmen. Jetzt muss man leider sagen, na, wer hat die denn schon? Das heißt also, the bad wäre also, zu leise Passagen werden nicht verstärkt. Ich mache gleich ein Audiobeispiel. Zu laute Passagen erzeugen Rauschfahnen, die nach hinten rausgehen. Und wir haben keine gute Option, um generell irgendwie ein Rausfiltern des Hintergrundes zu bewerkstelligen, beispielsweise in einer Konferenzsituation, wenn ich also irgendwie eine laute Umgebung habe. Und wir haben noch ein sehr spezielles Problem, das ist dann the ugly. Es kommt durchaus häufig vor, dass man einzelne Extrempiques hatte, die also von unserem oder von dem damals eingebauten Limiter nicht berücksichtigt wurden. Und dann hat es sogar ein Auto-Mute getriggert, was dann also durchaus irgendwie zu echten Problemen führen konnte. Das heißt also, für normale Aufnahmen war es okay, aber sobald es irgendwie ein bisschen auf die Dörfer ging, kam man mit dem Preset nicht mehr wirklich weit. Grund dafür ist, das war so die Kurve mit Noise-Gate-Expander und Kompressor, wie wir sie in Ultraschall Dynamics verwendet haben. Und dazu galt halt, dass man die ganzen Parameter davon bloß nicht anfassen sollte. Das heißt also, wir hatten zwar so ein Parameter-Panel da, aber die Zusammenhänge, was da wo wie drauf wirkt und auch diese Kurve hier zu modifizieren, das war eigentlich für Normalsterbliche nicht durchschaubar und nicht möglich. Und von daher war so meine klare Maßgabe, okay, bloß nicht anfassen, sondern guckt, ob es out of the box funktioniert. Wenn nicht, Pech gehabt, müsst ihr auf jeden Fall weiter auf Honig nehmen. Okay, diesen Problem haben wir uns jetzt angenommen und haben gesagt, okay, wenn man sich diese Grundkurve anschaut, dann müsste man eigentlich gar nicht so viel machen, um die Flexibilität dieses Tools dramatisch zu erhöhen. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite so etwas wie ein Target. Wie laut soll das Gesamtsignal eigentlich sein? Das normale Ziel ist ja immer minus 16 LUFS für Podcast. Wir haben dann einen Threshold, wo der Noise-Floor eingestellt wird. Was ist Rauschen und was ist noch Information in der Stimme? Also Atmen beispielsweise könnte schon ins Noise-Gate reingehen, aber leises Sprechen sollte halt auf jeden Fall drinbleiben. Und diesen Punkt abzustimmen, das muss man halt irgendwie regulieren können. Und wie stark das Noise-Gate zugreift, es sollte auf gar keinen Fall komplett dicht machen. Das hört sich, finde ich, immer scheiße an. Es sollte nur ein bisschen leiser werden, aber nicht komplett. Das möchte man vielleicht auch modifizieren. Genau das haben wir gemacht. Das heißt also, wir haben jetzt das Ganze dramatisch vereinfacht, die ganzen anderen Regler alle weggeworfen. Das war ja auch kein Tool, was wir von Grund auf selbst programmiert haben. Und jetzt haben wir es quasi so wiederum gethemt und umgeskinnt, dass man nur noch drei Regler hat. Und auf denen kann man jetzt sehr gut arbeiten. Ich zeige das jetzt mal, wie sich das in der Realität auswirkt. Und zwar hier mit meinem Sound-Beispiel, was ich letztes Mal schon gezeigt habe, wo so ziemlich alles an Ekligkeiten drin ist. Also sehr viel zu leise Aufnahmen, sehr viel zu laute Aufnahmen. Also was haben wir da? Ich habe jetzt hier den Ultraschall Dynamics so eingestellt, wie er auch quasi in der alten Version drin war. Und dann sehen wir, dass er hier gut arbeitet. Eine Einstellung, die deutlich zu leise eigentlich aufgenommen ist. Ah, der ist verstellt hier. Sorry, das war noch vom Test eben. So, wir sehen das hier bei der Normallautstärke arbeitet er gut. Dann kommt hier eine Passage, die ich sehr, sehr leise gesprochen habe. Und da sehen wir, dort greift der alte Effekt nicht mal passiert. Ich beginne mit einer Einstellung, die deutlich zu leise eigentlich aufgenommen ist. Also es pumpt so ein bisschen ab und zu geht es, wird es verstärkt, meistens aber nicht. Wenn ich jetzt möchte, dass auch diese Passage verstärkt wird, ich nehme mal hier das Laute noch ein bisschen mit rein und dann das Leise dahinter. So, und starte das Ganze dann. Die deutlich zu leise eigentlich aufgenommen ist. Das heißt also, ich nehme einfach mein Audio, gucke, was ist irgendwie die leiseste Stelle und stelle einmal entsprechend hier an diesem einen Regler den Noisefloor an. Ich sehe auch unten direkt, wie sich die Kurve in Echtzeit verschiebt. Und ich sehe auch, wo das jeweilige Signal gerade anliegt, ob es verstärkt wird oder ob es leiser gemacht wird. Genauso das zweite Problem, was wir hatten mit den Halbfahren. Das heißt, wenn also etwas sehr laut schon gesprochen ist, wurde meistens dahinter das Rauschen, was die meisten von uns doch in ihrer Kette haben, auch noch für kurze Zeit mit verstärkt. Wir müssen jetzt mal ganz leise sein, damit wir was in dem Beispiel gehören. Auch diesen Fall bearbeiten zu können. Auch diesen Fall bearbeiten zu können. Auch diesen Fall bearbeiten zu können. Das heißt, ich verschiebe jetzt. Auch diesen Fall bearbeiten zu können. Auch diesen Fall bearbeiten zu können. Auch diesen Fall bearbeiten zu können. Das heißt also, die Sprache selber ist immer gleich laut, weil das Target eben sich gar nicht verändert. Aber es wird halt jetzt einfach nicht mehr das Rauschen hintendran mit verstärkt, sondern ich habe es jetzt halt so eingepegelt, dass diese etwas zu laute Aufnahme auch gut mit dem Effekt funktioniert. Der dritte Regler ist dann hier das Noise Gate, mit dem ich jetzt also dann sagen kann, wie viel von den Hintergrundgeräuschen noch mit rein sollen oder nicht. So, das heißt also, Start Preset ist identisch zum V1. Das heißt also, wenn ihr das jetzt einsetzt, müsst ihr eigentlich erstmal, und das hat bisher immer gut funktioniert, wunderbar, entweder ihr behaltet den V1 oder ihr nehmt den V2 und ändert nichts, dann hört das sich ganz genauso an. Wir haben die einfachen Regler, wir haben eine visuelle Rückkopplung und nach etwas Justierung jeweils haben wir jetzt also auch gute Ergebnisse für diverse Edge Cases. Zu verdanken haben wir das ganze Udo. Der hat da also große Wunder gewirkt, was gerade diese Geschichte auch mit dem, dass man das vernünftig sieht, was man eigentlich gerade verschiebt und so. Das ist schon mittelgroßes Tennis. Wir haben das auch mal als Effekt den Reaper-Machern geschickt, ob die das nicht auch mal so als alternativen JS-Effekt bei sich generell mit reinnehmen wollen. Das nächste Feature wurde uns von Michelle gewünscht. Wie sieht es aus mit meinem Wunsch nach den vordefinierten Kapitelmarken? Ja, er führt ein kleines Tänzchen auf. Dabei ist der Gedanke folgende. Wenn wir den Workflow haben, die Sendung wird vorstrukturiert. Ich mache mir im Vorfeld schon mal Gedanken, worüber will ich eigentlich reden. Also wenn wir einen Laber-Podcast haben, klassischerweise, dann ergibt sich das natürlich alles so in der dynamischen, kreativen Bewegung. Aber es gibt ja auch durchaus Podcasts, die vorher schon genau wissen, diese zehn Punkte will ich abhandeln und zwar auch genau in dieser Reihenfolge. Und das wird dann in irgendeinem Pad zusammengeschrieben. Man einigt sich drauf und dann fährt man die Sendung. Und nachträglich muss man dann die ganzen Kapitelmarken alle noch benennen und irgendwie zusammenbringen. Unser Gedanke war, okay, das machen wir jetzt anders. Nämlich, dass wir vor der Sendung die schon voreditierten Kapitelmarken importieren in Ultraschall und dann während der Aufnahme setzen können. Und genau das schauen wir uns mal an, wie wir das gebastelt haben. Ich gehe jetzt also mal in, ich habe jetzt hier mal Workflowy genommen als eine der Quellen, habe jetzt hier also irgendwas getippt, kopiere das jetzt in die Zwischenablage. Das könnte jetzt auch Word sein oder das könnte irgendwie ein Etherpad sein oder irgendwie ein Spreadsheet oder ähnliches. Also alles, was irgendwie an Text in die Zwischenablage reingeht, wird verstanden. Ich gehe mal hier in ein etwas größeres Projekt, mache das mal ein bisschen kleiner, mache so, dass man hier die Marken sieht. Und jetzt haben wir also eine neue Funktion unter Markers, Insert Plant Markers vom Clipboard. Und schwupps habe ich jetzt also in der richtigen Reihenfolge, so wie ich sie vorher in meinem Pad geschrieben hatte, die Marker entsprechend drin. Und die sehen alle grün aus, das hatten wir bisher noch nicht. So, und wenn ich jetzt meine Sendung durchhöre, und jetzt also schaue, wo das entsprechend liegt, drücke ich jetzt einfach dann während der Sendung hin. Dann seht ihr, die Marke wurde gesetzt und sie verschwindet oben aus dem grünen Bereich und landet unten in denen, okay, diese Marke ist schon gesetzt. Und zwar auf die Frage, wann werden eigentlich... Ja, jetzt kann ich auch sagen, so, ich springe da hin, da geht noch eine Marke hin und da geht noch eine Marke hin. So, das ist jetzt hier fürs nachträgliche Abspielen. Das funktioniert aber genauso bei der Aufnahme. Das heißt also, auch wenn ich jetzt ins Recording reingehe, kann ich ja einfach mal machen, ich gehe mal ans Ende. Gucken, ob wir jetzt hier ausnehmen. Ja, und ich setze die Spur. Jetzt hier ein Feedback von daher lasse ich das mal. Aber ihr habt es gesehen, ich habe zumindest irgendwie ganz kurz hier die nächste grüne Marke wieder reingesetzt. Das heißt also, damit kann man sich eine Sendung vorstrukturieren und dann wirklich während der Sendung die entsprechenden Marken abliegen. Ich kann, wenn man kein externes Tool hat, kann ich die Marker auch alle hier runter tippen und dann mit einem entsprechenden Befehl alle Marker wieder in diese Planning Stage zurücksetzen. Es kommt nochmal ein Dialog, weil die natürlich dann auch verschoben werden. So, und jetzt ist das quasi wieder in den Grundzustand zurückgesetzt. Das ist, glaube ich, eine ganz schicke Vereinfachung für gut strukturierte Sendungen. Genau, das haben Udo und Mesputin zusammengecodet. Das ist sowieso ein sehr dynamisches Duo gerade. Wir sehen jetzt also mittlerweile schon drei Lua-Hacker, die solche Sachen da zusammen tippen. Das geht mittlerweile so an einem Wochenende, haben wir mittlerweile so ein Feature weg. Das heißt also, wenn euch auch so Sachen im Workflow irgendwie total nerven, sprecht uns immer an, schreibt es ins Sendegate. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas irgendwie in den nächsten Release wiederfindet, sind doch ziemlich hoch. Erweiterte Mute-Funktion. Das ist eine Sache, die sich Malik gewünscht hat, auch aus unserem Tester-Team. Wir nennen uns der Edeltester vom letzten Mal, von der Teenager-Sex-Beichte. Der möchte gerne, dass das Muten einfacher wird. Und zwar, das Muten soll so einfach werden, wie das normale Rausschneiden. Wir haben ja letztes Mal vorgestellt, hier oben diesen Umschalter, mit dem ich sehr einfach irgendeinen Zeitbereich markieren kann. Und entweder mit dem Schnittwerkzeug hier oder mit Command-X hat man ja einen Ripple-Cut direkt hier dann über die ganze Spur gemacht. Und seine Idee war, genauso einfach möchte ich eigentlich muten können. So, das können wir jetzt. Das heißt also, wenn ich diesen Bereich hier nur aus der oberen Spur raushaben will, ich markiere hier die obere Spur, habe meinen Zeitbereich gesetzt, mache einmal Alt-Plus, Alt-Punkt. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Das ist betrüglich. Gucken wir mal, wo jetzt hier nichts kommt. Hm, da war, okay, keine Ahnung, was da jetzt irgendwo gegengelaufen ist. Ist dann also automatisch dieser ausgewählte Zeitbereich hier gemutet über die Spuren, die gerade ausgewählt sind. Oder einzelne Items kann ich auch machen. Auch ansonsten hat sich an der Mutespur noch ein bisschen was verändert. Es gibt jetzt nur noch die States 0 und 1. Das heißt also, diese sonderbaren Zwischensachen, die bei Mute gar keinen Sinn machen, gibt es auch nicht mehr. Das heißt also, auch die bisherige Funktion, dass ich innerhalb der Spur selber einfach Start und Ende markiere, macht jetzt mehr Sinn von der GUI her. Und mit gedrücktem Command kann ich es quasi auch in der fließenden Bewegung nach wie vor muten. Also ich denke jetzt mit diesen drei Systemen zusammen sollte das gut funktionieren. So, das nächste Feature ist für Tim. Das hätte er gerne seit Jahren gehabt. Nämlich der Follow-Mode. Was ist der Follow-Mode? Ich würde durchaus sagen, dass Reaper ein gewisses Konsistenzproblem hat so in der GUI, wenn es darum geht, ich höre einen Podcast ab oder ich mache eine Aufnahme, dann läuft das Ganze ja immer schön mit. Ich mache mal hier das Audio ein bisschen leiser, weil aufs Audio kommt es jetzt gar nicht an, sondern darauf, dass man sieht, was hier passiert. So, die Timeline scrollt ja immer so schön durch und ich mache jetzt also gerade meine Aufnahme oder höre ab und weiß, okay, ich will jetzt da eine Kapitelmarke setzen. Möchte aber nicht das Ganze stoppen, weil ich weiß, die nächste Kapitelmarke kommt erst in zehn Minuten. Wie komme ich jetzt da hin zurück? Jetzt kann ich an, ne, ne, so jetzt bin ich irgendwo, aber wo? Und irgendwie die Konfusion ist doch relativ groß. So, dieses Problem haben wir jetzt gelöst und zwar ähnlich, wie das in Ableton Live schon seit Jahr und Tag der Fall ist, nämlich hier oben mit einem Follow-Button. Das ist dieser kleine Schnuffi hier oben. Und sobald man den drückt, springt also die Timeline immer an die Stelle, wo gerade das Ganze gespielt wird. Und wenn ich den deaktiviere, läuft also das Play weiter und ich kann mich völlig frei und entspannt hier in der Timeline bewegen. Und wenn ich hier mit meinem Edit oder meinem Kommentar oder meiner Kapitelmarke setzen fertig bin, drücke ich danach wieder auf den Button und springe wieder zu der Stelle hin, wo vorne die Aufnahme weiterläuft oder wo mein Abhören weiterläuft. Und ich habe das jetzt so implementiert, dass auch die ganze Markerlogik sich daran anpasst. Das heißt also, wenn der Follow-Button aktiviert ist und ich einen Marker setze, dann landet der auch wirklich hier. Wenn der Modus hingegen weg ist, er läuft jetzt hier aus dem Bild raus, dann werden die Marker dahin gesetzt, wo ich jetzt hier diesen zweiten gelben Edit-Bereich habe. Das heißt also, hier habe ich jetzt wirklich eine Kopplung zwischen, ich kann jetzt hier in aller Ruhe arbeiten, könnte sogar schon anfangen hier zu schneiden und ähnliches. Und wenn ich damit fertig bin, ja, schwupps, springe ich wieder nach hinten. Geht das auch während der Aufnahme? Als auch beim Abspielen und nachträglichen Anhören. Das bringt, glaube ich, nochmal ganz höchst Stabilität rein. Wo ich jetzt hier gerade in der Timeline bin, kann ich noch ein paar Tricks zeigen, die wir auch dazu gebaut haben. Was wir in der Dreier-Release schon hatten, war, wenn man auf H drückt, so das Umschalten zwischen verschiedenen Größen, die dann auch nicht mehr responsiv sind. Das heißt also, da verändert sich jetzt nichts, sondern da hat man jetzt wirklich eine sehr stabile Geschichte. Ich mache es aber wieder ein bisschen größer, weil ich euch noch was anderes zeigen will. Und was wir auch noch drin haben, ist eine Zoom-Funktion für die Timeline. Das heißt, es ändert sich jetzt nichts an dem Audio, aber wenn ich wissen will, das hier sieht ziemlich leise aus, aber ist da trotzdem noch irgendwas an Signal, drücke ich also einmal Altar. Dann wird es um 50 Prozent reingezoomt und bei nochmal wird es also wirklich total rausgeboostet. Und dann sehe ich also noch das leiseste bisschen anrauschen, was da irgendwie unterwegs ist. Das ist also so ein Toggle-Schalter, mit dem ich die Sachen hin und her schalten kann. Und ja, mit Alt-Shift-H mache ich dann wiederum, das habt ihr eben gesehen, diesen Modus nach unten. Da funktioniert das ganz genauso, dass ich also auch hier sehen kann, okay, die in der unteren Spur ist wirklich gar kein Signal, im Gegensatz zu den anderen. Das ist der Follow-Mode. Wie gesagt, alle Marker berücksichtigen das, sodass man also wirklich im jeweiligen Modus die Marker das machen, was man vermutlich am meisten braucht. Und wir haben es halt nicht nur als Shortcut, den natürlich auch umgesetzt, sondern zusätzlich auch noch ausnahmsweise, ich versuche immer die GUI so clean wie möglich zu halten. Aber da das halt eine sehr grundsätzliche Umschaltung ist, wie das System arbeitet, plus man auch dann damit Fokusprobleme umgehen kann, wo ich gerade irgendwo den Keyboard-Fokus drauf habe, gibt es das ausnahmsweise jetzt auch nochmal als neuen Button, der halt den State anzeigt. MP4-Export, zusätzlich zum MP3-Export, das ist eine ziemlich eklige Sache, da sitzen wir noch dran, wird letztendlich, da gibt es wenig zu zeigen, das wird dann halt nicht nur in MP3 rausgerendert, sondern genau halt in MP4, was dann auch in dem Apple Podcast Player die Kapitel anzeigen kann. Das sind die Sachen, die wir jetzt zur 3.1 releasen werden. Dazu haben wir jetzt auch durchaus die Planung schon für die 4.0 gestartet. Dort werden allerdings, man sieht es hier schon, ein paar wirklich sehr dicke Bretter gebohrt. Wir werden den Installer nochmal weiterverarbeiten und vereinfachen. Wir haben da sehr radikale Ideen, wie das gehen soll. Das heißt also, der wirkliche One-Click-Install ist hier unser erklärtes Ziel und zwar unter Berücksichtigung von persönlichen Settings. Das heißt also, dass man dann auch so einen Div-Assistent hat nach der Installation. Achtung, das sind irgendwie zehn Einstellungen, die du selber geändert hast gegenüber unserer Vanilla-Install. Welche davon möchtest du jetzt nach diesem Update wieder genauso hergestellt haben? Das ist kompliziert, aber nicht unmöglich. Wir hätten ganz gerne eine komplett eigene Marker-Verwaltung aus diversen Gründen. Müssen wir mal gucken, wie wir das GUI-technisch genau lösen. Retina-Support würden wir gerne haben. Da sind wir leider auch abhängig von den Reaper-Machern selber. Wir werden ein komplettes Refactoring machen, juhu, weil, ne, because it's time. Und ein Bestandteil davon wird sein, dass wir eine eigene API hinzufügen. Da ist der Messputin, der überhaupt ein echter Held des Codings ist, hat er schon richtig vorgelegt. Wir haben schon 450 API-Funktionen umgesetzt. Das hat man sich darunter vorzustellen. Das sind dann nicht mehr jetzt die Reaper-Punkt-Doodle-Dadel-API-Calls, sondern es sind dann Ultraschall-Punkt-Doodle-Dadel-API-Calls, wo ausschließlich Funktionen drin versammelt sind, die man halt für Podcasting-Funktionen braucht. Beispielsweise kapseln wir dann da Features, wo man in Reaper selber nur sehr, sehr schwer dran kommt über die API, weil man sich irgendeinen Dump ziehen muss und den Dump erstmal parsen muss und dann die geparsete oder editierte Version wieder hochlädt. Das sind Sachen, die werden wir in einzelne API-Calls zerlegen. Das werden wir dann auch den Reaper-Machern zur Verfügung stellen. Mal gucken, vielleicht bauen die das dann auch mal vernünftig. Hier und da gehen die sonderbare Abkürzungen. Dann gibt es noch ein Geheimprojekt, Metadaten-Middleware, habe ich hier das mal genannt. Dazu erzählt aber Heiko hinterher in einem eigenen Talk was, wo ich selber gar nicht weiß, was das wird. Aber das können wir uns dann näher anschauen. Ja, zum Glück für diese dringenden Bretter, das Team wird langsam ganz schön unübersichtlich. Wir sind jetzt mittlerweile hier schon bei zwölf Leuten angelangt, die dazu. Und wir haben noch ein paar in der Wartestellung seit der Freak-Show, wo ich das letzte Mal war. Das heißt also, wir haben mittlerweile schon ein ziemliches Momentum drin und viele Leute, die nach wie vor echt Bock haben. Auch solche Leute wie beispielsweise Oliver, der englische Dokumentationen schreibt, so als Beruf. Ja, solche Leute muss man natürlich im Projekt haben, so. Juhu. Das heißt also, wenn ihr geguckt habt, so unsere Release-Notes, warum die sich plötzlich dreimal so gut lesen wie vorher, auch wenn Katrin einen tollen Job gemacht hat. Der macht das halt einfach von morgens bis abends spät so. It shows. Also da haben wir auch einfach mal echt Glück. Wie gesagt, Mesopotin sowieso ein echter Held der Arbeit. Ja, ich bin da ausgesprochen glücklich, was dieses Team-Moment angeht und denke, dass wir es mit der 4.0 gut hinkriegen. Die ganzen Grundspielregeln ändern sich nicht. Ich hatte eben schon gesagt, Reaper selber kostet 54 Euro. Wir selber sind Open Source 0 Euro und werden das auch bleiben als erklärtes Pro Bono-Projekt für die Szene. Zum Abschluss. Wir wissen, keine Ultraschall-Keynote ohne Holgi. Holger Klein, einer der renommiertesten Podcaster des Landes. Und ihr wisst, dass ich mich seit der allerersten Keynote an ihm abarbeite, was dieses Statement hier angeht. Ja, wer soll damit arbeiten? Es taucht in ausnahmslos jeder meiner Keynotes aus. Und was soll ich sagen? Er hat mir neulich was geschrieben. Hallo Ralf, du wolltest doch wissen, wann ich Ultraschall-User bin. Bin ich. Das heißt, all diese schönen Podcasts aus dem Vrind-Universum werden jetzt also mit Ultraschall produziert. Aber, ihr seht, da ist noch, da könnte noch was kommen. Das ist vielleicht noch nicht die ganze Wahrheit. Denn, ja, gut. Ihr seht, es gibt noch viel zu tun. Wir bleiben dran. Bis bald. Vielen Dank. Gibt es noch ein oder zwei Fragen, bevor Sebastian mit Studiolink weitermacht? Ja, wenn nicht, ist auch okay. Ich laufe ja sowieso rum. Oder da gibt es eine Frage? Plant ihr bei den Kapitelmarken auch irgendwann nochmal eine Unterscheidung zwischen, okay, ich setze jetzt eine Kapitelmarke und ich setze jetzt einen Link innerhalb eines Kapitels als Idee? Also, was wir mit der eigenen Kapitelmarkenverwaltung gerne machen würden, ist halt wirklich mal saubere Klassen trennen. Im Moment machen wir das ja quasi über Benamsung und über Farben. Also, Editmarken beispielsweise sind rot, jetzt die geplanten sind grün und so weiter. Das würden wir ganz gerne vielleicht eher so in verschiedene Tabs unterteilen. Und was dann nochmal ein richtig dickes Brett ist, das werden wir aber, denke ich, nicht dann zur 4.0 rausbringen, ist dann die Frage, was kann eine einzelne Kapitelmarke noch enthalten? Beispielsweise eben Links oder ein Teil einer Transkription oder ein Bild von der Kapitelmarke. Das sind alles Sachen, die wir auch durchaus auf dem Schirm haben, aber da müssen wir jetzt ein bisschen Schritt für Schritt rangehen. Das spielt auch ein bisschen in den Bereich rein, den Heiko hinterher erzählen wird. Da hinten noch. Ja, Frage nicht zu Ultraschall, sondern zu dem, was du zur Einleitung gesagt hast. Was stört dich an Mailman? Dass ich deinen eigenen Server verbrauche. Ich habe nur irgendwelche hosted, vorbereitete Server bei HostEurope. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden, weil ich habe verstanden, dass du es am eigenen Server installieren möchtest. Nee, also ich hätte gerne etwas, was irgendwie möglichst leichtgewichtig irgendwie daherkommt. Aber außerdem, also es gibt auch schon sehr, sehr viel, was mich an Mailman stört. Also unter anderem, dass die GUI aus den 80ern kommt. Also Mailchimp ist eigentlich cool. Eigentlich will ich sowas haben, aber ich will auf gar keinen Fall jetzt irgendwie tausend Mailadressen rausgeben irgendwie in die Welt. Also übrigens auch nochmal interessant, wir haben versucht rauszukriegen, wie viele Leute nutzen eigentlich jetzt genau Ultraschall. Also und von was für Größenordnung reden wir da eigentlich für so eine Mailingliste? Wo lande ich da bei Mailchimp? Genau wissen wir es nicht, aber wir haben jetzt so aus verschiedenen Indikatoren hergeleitet. Wir haben jetzt 2000 Downloads für die 303. Meine Hochrechnung ist, dass ungefähr die Hälfte davon auch wirklich Produzenten sind, die ungefähr dann 1500 Formate damit bespielen. Weil jeder, also etliche Leute haben mittlerweile mehr als einen Podcast. Also ich würde davon ausgehen, wir haben ungefähr 1000 Nutzer mit 1500 Podcasts, die über Ultraschall laufen. Bedeutet aber beispielsweise, dass wir auch aus dem Billigsegment von Mailchimp schon rauskommen. Das heißt, ich würde alleine dafür irgendwie 80 Euro pro Monat oder sowas zahlen müssen. Und ich will die Mailadressen nicht irgendwie nach Usaland geben, so zu Trump. No, won't happen. Okay, vielen Dank.